Ich guck nochmal ganz kurz hier oben. Ah, stimmt, warte mal, warte mal. Ähm, ist die Frage... Na gut, wir müssen beide kämpfen. Du müsstest runter oder ich müsste runter, weil hier oben ist das Gegenstück. Also einer kann hier oben ziehen und der andere zieht unten. Jetzt ist nur die Frage, wir müssen beide kämpfen, weil sobald wir da dran ziehen, ist Highlife angesagt. Ja, dann renne ich einfach wieder hin. Oh, hier ist noch eine Truhe. Nach oben, wir müssen ja nach oben, oder? Ähm, weiß ich jetzt gar nicht. Oh, Schrotgef... Blendgranaten? What? Wir haben jetzt irgendwie gespawnt, ne? Mach auch mal hin, hier. Was? Äh, nein, scheiße. Oh, shit. Okay, dann nehme ich ja hier nicht. Achso, die kann man gar nicht von sich befreien. Nee. Oh, scheiße, ich bin hier gerade... Hör doch, sie springen irgendwann ab. Äh, ich werde hier gerade auch tierisch, ich würde dir gerne helfen, aber... Okay, hinter mir kommt keiner. Hey! Oh, Mistviech. Ah, Schrotgewehr, Munition, ich kann sie nicht aufnehmen. Scheiße. Kannst du da oben noch nicht dran? Bist du denn? Bist du da gerade schnell dran, oder? Nee, warte, ich muss mich erst verteidigen. Ja, warte mal, ich versuche dir zu helfen von hier oben. Ah, scheiße, hier sind wieder Spinnendinger. Oh, crap. Ihr blöden Mistviecher, lasst mich los. Komm, spring. Ähm, ja. Ich habe hier gerade ein paar Spinnenprobleme. Ich habe meine Zombie-Probleme hoffentlich gerade beseitigt. Nein, einer steht... Die stehen bei mir noch auf, oder? Ja. Ich sehe dich da unten nur so marginal. Äh, okay. Ja, ohne Sniper ist das jetzt hier gerade ein bisschen blöd. Hinter dir sind, glaube ich, noch welche? Oh, scheiße! Ja, hinter mir ist vor allem auch noch einer. Komm schon. Come on. Ja, Maschinengewehr, Muni. Sehr geil. So, ich glaube, wir haben es. Jetzt kann ich hier auch dran ziehen, ja. Okay, gut. Ich ziehe auch mal hier oben. Okay. Okay. Okay, oh, was haben wir hier? Ein Safir. Mal wieder. Und ich muss mal gerade gucken, ich glaube, hier hinten lag noch Munition. Ich muss mal gucken, ob ich die dir mitbringen kann. Ne, die ist schon wieder verschwunden. Ja. Schade. So sei es denn. So, wie komme ich denn jetzt geschickterweise zu dir runter? Da läuft die Treppe bei der roten Statue. Bei der goldenen Tat. Ja. Genau. Ich sehe dich. Und deinen Knackarsch. Aha. Aha, aha, aha. Hat dir so wahrscheinlich auch noch keiner gesagt. Nee. Kannst du auch drauf verzichten, ne? So, dann einmal hier nochmal ziehen und ich hoffe, das war's dann. Oder auch nicht. Na, also. Ah, jetzt kommen wir ganz hoch. Wunderbar. Goodie. Ein Rubin. Oh! Das Vieh schon wieder. Kennen wir doch irgendwo, ja. Ah, stimmt. Das muss man nochmal gegen den Scheiß... Wir sind scheiß... Das ist scheiß Viehkämpfen. Schade, dass du deinen Raketenwerfer nicht mehr hast. Ja. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Ähm. Wie, da konnte ich nicht ausweichen. Nein! Scheiß dich, ey. Ah, shit. Ja, du mich auch. Ah, uncool. Ganz uncool. Kann ich hier drüber springen? Nein, kann ich nicht. Verdammt. Du, fielst du eigentlich von mir. Ja, ich finde das ganz so schlecht. Yes! We did it. Drecksvieh. That's it. So, kriegen wir. Ein Seelen-Edelstein. Whatever. Gut, aber jetzt raus hier, würde ich mal sagen. Äh, wo Lam? Adam. Ich denn da hochkomme. Oh, fucking goodness. Das Vieh hatte ich ja auch schon wieder vergessen. Aber der war ja Gott sei Dank nicht so stark wie der andere. Ja, zum Glück. Ich hatte Gott sei Dank noch... Ich hab jetzt alle meine Granaten verbraten. Es reimt sich sogar. Und was sich reimt, ist gut. Eigentlich. Das wusste schon der Pumuggel. So, dann wollen wir mal. Leute. Naja. Die Preparation sind almost complete. Dann können wir gehen. Gut. You know, I was surprised Las Flagas was such a success. When you first arrived, I had my doubts. And now Ouroboros is complete. Your position at Tri-Cell is secured. Oh, I have my eyes set on something much bigger. You'll be needing a partner, right? Someone suitable to join you in your new world. I believe I've proven I have. I believe I've proven I'm worthy. I'm worthy. I have my eyes. The BF in your ears. It appears your old friend, Chris Redfield, has come to pay your visit. Do I sense concern? The plan is in its final stages. I will not tolerate delays. A new superior, you are creating a new world genital virus. You are used to become a god. That right is now mine. I believe I should thank you Spencer. Naja, komisch. Gut, ich bin fast leer, aber wir haben ja ganz viele Schätze eingesammelt. Also wenn wir jetzt nicht upgraden können ohne... Ja. Alle Schätze verkaufen, ja. So, wie viel Kohle habe ich denn jetzt? Jetzt will ich hier alles upgraden, was ich habe. Nice! Okay, Moment, da nehme ich erstmal das teuerste, was ich habe. Das war das hier. Durchschlagskraft. Boah, haben wir viele Steine. Ja, ja. Ich habe 30.000 Dollar oder was auch immer das sein soll. Oh je, ich habe 27.000. Jetzt wird erstmal geshoppt. Aber hallo! Was denkst du, wo ich gerade dran bin? So. Okay, ich glaube, ich habe meine Schrotflinte jetzt komplett aufgelevelt. Jetzt ist nur noch die Heckler und Koch dran. Ah, scheiße. Ich habe schon nicht mehr Geld für Feuerkraft, obwohl mir nur noch ein Ding fehlt. Aber das ist einfach zu viel. Dafür kann ich die Kapazität verbessern. Ah, ah, super. Eigentlich habe ich noch 3.000 können. Ich muss mir die Sachen kaufen. Bin jetzt aber... Bitte? Ich habe was Nettes gefunden. Ach du Scheiße. Was hast du denn? Du bist ja verrückt, bist du ja. Oh ja, Granatwerfer. Hast du als Schrotflinte diese M3? Genau, die habe ich. Ja, ne? Aber die ist auch nicht halbautomatisch, obwohl die aussieht wie eine Halbautomatik. Ja. Ist denn hier noch irgendwas Schönes? Oh, ein Elektroschockgerät. Naja, ich habe jetzt nicht wirklich vor, mich so nah zu denen da aufzuschließen. Oh ja, Granatwerfer. Sehr schön. Explosive Granaten. Säuregranaten. Granaten kann man kaufen. Und sogar Schutzwesten. Aber... Ja, das mit Schutzwesten, das wissen wir schon lange. Also ich zumindest. Ja, ja. So habe ich irgendwie in der ersten Folge gefragt oder so. Ja, ja, aber keine Munition. Das ist ein Dreck. Säuregranaten. Das klingt gefährlich. Aber ich überlege jetzt, ob ich mein Schrottgewehr... Obwohl, das habe ich jetzt gerade abgegradet, weil... Eigentlich könnte ich schon fast wieder verkaufen und dann die... die M3 kaufen, weil das reicht nicht ganz mein Geld. Aber ich habe die jetzt gerade so schön abgegradet. Da blutet mir das Herz irgendwie. So, ich habe jetzt ganz viel... Ähm, und wo sind diese Säuregranaten jetzt hin? Nein. Hast du dir welche gekauft? Ja. Nein, da... Nicht in deinem Inventar? Nein. Die sind... Die sind, glaube ich... Sind die nicht für... Ah doch, ich war nur noch ganz unten gescrollt im Inventar. Hoppla. Ach so. Weil ich bei den Schätzen auch noch ganz unten gescrollt habe. Ähm, hast du... Du willst bestimmt noch dieses grüne Kraut hier. Äh, ich nehme alles, was ich kriegen kann. So, grünes Kraut. Ah, ich habe ein... Ich habe ein rotes Kraut. Das kann ich dann kombinieren. Ausgezeichnet. Äh, kombinieren, Sherlock. So. Alles klar. Naja, munitionstechnisch... Geht so. Wieso hast du Munition für den Granatwerfer gekauft? Ähm, weil ich dachte, es sind... Normale Granaten. Normale Granaten. Aber kann ich dir gerne geben? Ja, nehme ich gerne. Kann ich dir nicht geben, weil... Du voll bist. Ja, das ist ein Problem. Was mache ich jetzt? Diese Zweige mehr... Gewehr... Gewehr... Munition. Mach ich jetzt raus. Oh, Moment. Wuhu. 24 Säuregranaten. Da bist du jetzt die Beschützerin vor dem Herrn. Gut. Ja, ich glaube, ich wäre soweit fertig. Ready. Steady go. So, weiter geht's. So, weiter geht's. So, hier ist noch schön was. Gold. Handgranate. Granaten! Moment, die Granate lege ich mir mal. Ach, die kann ich ja nicht bewegen. Das ist ein Dreck. Naja, gut. Und hier quietscht es. Und hier quietscht es. Hier klingt es wieder so. Ja. Auch Fledermäus. Ich meine, der Bat-Höhle. Ich bin Batman! Aber ich glaube, hier ist jetzt der Abschnitt mit den, mit den Strahlen, die uns töten können. Hey. Wir brauchen, genau. Ach, Hallöchen. Genau, die meinte ich. Wir brauchen nämlich hierfür, glaube ich, jetzt wieder, genau, wir brauchen... Na? Hör auf. Hör doch auf dir das anzugucken. Wir müssen jetzt hier wieder lustige Sachen, lustige Tafeln einsammeln. So, so. Du meinst so, so, so eine Art Spiegel? Ja, genau. Und die müssen wir dann in die Tür da oben einsetzen. Oh, shit. Das klang nicht gut. Ach du, da oben. Ah! Was der Hölle? Wo? Wer? Und warum? Da oben, da oben. Jetzt lass ihn doch mal. Ich würde ihn gern treten. Schade. Ach, da oben. Ja, da. Das ist genau die richtige Position, um mein neues Spielzeug auszuprobieren. Ah, nicht wirklich. Ah, scheiße. Ich werde von hinten angegriffen. Das ist nicht cool. Ähm, ich steh gerade da oben. Nur so zur Info. Also irgendwie... Ja, das funktioniert ja wunderbar. Hier ist ganz viel Pistolen, Munition, eine Brandgranate, die ich nicht nehmen kann. Das ist doch ein Dreck. Einfallgammeltes Ei. Hä? Was ist das denn? Ach, das sind Blendgranaten. Was sind das für... Ah, scheiße. Ich glaub, die Blendgranaten mach ich weg. Ich will lieber Brandgranaten aufnehmen. So. Huh, hallo. Oh, da ist ein Dicker, da ist ein Dicker. Und da ist ein Dünner. Na, dann kann ich doch gleich mal... Freundchen. Ja, oder so. Oh Gott. Hilfe. Nach oben, nach oben. Der kassiert jetzt Granaten, der Freund. Ah, scheiße. Hallo? Was hält der denn bitte aus hier? Stirbt jetzt mal. Boah. Vier Granaten. Ein blaues Mysterium haben wir dafür bekommen. Und ein vergammeltes Ei. Und da unten kommen noch mehr.